Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen hier mit der Quest die Reise durch das Nebelmeer weiter. Wir sind hier auf der Map. Zack. Und wir sollen hier ein Opfer an den Nistbäumen darbringen. Ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt, auch ein bisschen gekämpft. Ich muss kurz mal heilen und dann geht es direkt weiter. Im ersten Schritt müsst ihr natürlich mit Ruhe sprechen und die Geister hier herbeiführen. Einer war dahinten, einer war vorne und einer war unten. Danach geht das Wasser runter und ihr könnt runterspringen. Das lesen wir mal. So, jetzt muss ich... Dein. Die Gegner hier habe ich schon besiegt gehabt. So, jetzt muss das hier gelöst werden. Zack. So... 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 passt so was gab's da unten nichts dann geht's hier direkt weiter küsst dich kommt er durch? natürlich muss das sein windblade shadowraven let night fall so was gab's so was gab's Entschuldigung! Windblade Boah hat der viel Leben, komm schon und tschüss, boah da hat nichts getrockt dieser Arsch, so die zweite Feder ist hier, zack Die macht natürlich wieder weg, so wie die erste Feder Na wohin willst du? Boah natürlich komm ich da nicht hoch, alter, willst du mich verarschen? Wieso machst du da hoch, wenn du eh runter willst? Da ist der zweite Zack Natürlich muss er einen Umweg nehmen, sonst macht es ja keinen Spaß Komm schon Zack Nummer 3 müsste irgendwo da hinten sein, aber schauen wir uns morgen Vielleicht gibt es hier etwas Oh Öffnen Stern Edelschein Ok Muss ich mir aber merken Weiß gar nicht was ist Finden wir das hier irgendwo? I don't know So das verzieht sich bestimmt Yes Was gibt es da hinten? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, die Feder macht weiter. Oh, wieso? So, nice. Vorrichtung aktivieren. Was passiert jetzt? Aha. Und nämlich wieder gekämpft. Oh, ich hasse diese Pisser. Nerven gewaltig. So, bevor wir weitermachen. Einmal ein bisschen stärker. Einmal die Defensive erhöhen. Oh, zack. Das hört sich gut an. Dann nehme ich noch das hier. Zack. Oh, let's go. Go, go, Baron! By royal decree. Let the wind! Let it rain. Oh, so, so. Let's go. Windblade. Oh, so. Cool it. Midnight Phantasmagoria. Disappear. so ein erstes weg der kippt mich gleich und tschüss so tisch brauchen wir da passt alles glaube ich hier hin ok das sieht gut aus ich hab schon einen Relaisstein zack ok die tun nicht vergessen da hinten ist einer uiuiui ein Bauplan nice so was fehlt uns noch da hinten hat uns noch was gefehlt hier wieso gibt es hier keine Verbindung jetzt nein das passt nicht so nice nice gibt es schon etwas da oben vielleicht nö warte gehts da ist die nice so was gibt es hier so was gibt es hier kann man auch was aktivieren machen wir doch schnell oder ich frag mich was das hier ist nichts da wird gekämpft da wird gekämpft oh ich hasse euch naja klasse die 3 nein heilen wir uns zack 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 nice kann so bleiben kann so bleiben kann so bleiben kann so bleiben nicht mit dir mit mit dir warte ich steck doch einfach Gott sei Dank. Gab's da was? No. Aber da hinten wahrscheinlich auch. Yes. So, einmal mit Fenty. I didn't keep you waiting, Did. Danke. Kann ich hier schon wieder hoch? Ey, klete doch. Wo sind wir hier? Komm ich hier komplett raus, oder wie? Oh ne, kein Bock auf euch. Lass mich drüber. Ich bin ja kurz vorm Tod. Ah, ich bin gestorben. Nein. Es hilft mich. Hä? Hä? Was soll das? Jetzt aber. Genau. Hi. Danke. Oh! weg mit dir ist doch noch etwas nie oder alter wo alter was ist das so ein bug bitte ich sehe die gegner nicht einmal und hier auskomme ich auch irgendwie nicht doch doch auf dich schnell weiter komm ich hier weg Alter, ich wollte mich verarschen. Ich habe keinen Bock mehr. Schau ab. Ich nehme doch einen anderen Weg. So scheißegal. Wie kommen wir später zurück, wenn wir einen Neben entfernt haben? Was wir gleich machen werden. Was ist das hier? Hm, muss ich mal rausfinden, na? So, jetzt kommen wir hoch. Da sind wir hier durch. Zack. Ist der Nächste? Äh, wo ist die Nächste? Oder sind wir schon erzogen? Anscheinend. Oder? Nein, ich kann's nicht. Jetzt aber. Zack. Ich habe es geschafft. Lockerflöckig. So, wie sind wir durch? Die anderen Bäume beleben wir dann in den nächsten Videos wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.